Was ist denn? Ja, weil sie immer gesagt hat, sie will dich sehen. Wirklich? Ja, klar. Und jetzt irgendwie live als FBI-Agent? Ja. Na, pass mal auf jetzt. Ich bin ja nicht von gestern. Wir beide machen heute die Fifty Shades of Grey Nummer. Oh ja. Oh? Ja. Wie treu sind Frauen an Karneval? Treu. Ja, ne? Ja. Da passiert gar nichts. Nein. Da muss man sich gar keinen Kopf machen. Nein.